hallo meine lieben und herzlich willkommen zu wikings war of clans ach hier der macht wurde gerade abgestoßen ich frag mich was ist das und zwar wurde ich jetzt schon so unglaublich oft gefragt wie viele lazarette benutze wie viele herrenhäuser wie viele kasernen und 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 dass ich jetzt seit dem letzten video wo ich ja die gebäude mal ein bisschen unter die lupe genommen habe natürlich einiges verändert hat es gibt neue booster und 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 natürlich auch sehr viel mehr lebenswille das heißt mehr krieger von euch werden nach dem kampf einfach mal zur heilung geschickt anstatt dass sie sterben und deswegen dachte ich mir gebe ich jetzt noch mal so ein offizielles update von meiner seite aus und zwar arbeite ich aktuell mit vier kasernen das zeige ich euch einmal kurz ich kann jetzt ohne den booster 5,8 millionen ist maximum ne ist nicht doch 5,8 millionen ist maximum wir können jetzt ja mal eben ganz kurz hier lazarett erweitern aktivieren davon haben wir mehr genug für diesen versuch und dann sind wir bei fast 7,3 gut wenn wir das jetzt mal durch vier teilen sind wir bei 1,1 1,4 ja 1,4 millionen pro lazarett so wie sich das jetzt einmal mit der lebenswille und so ausrechnet laut plarium da hatte ich extra vorsicht nach vorsichtshalber nachgefragt denn bei meiner rechnung war mal so eine diskrepanz von zehn prozent und das habe ich nicht verstanden gut darum wie ihr alle wissen hat er so eine special rechnung und das ist wenn ihr zum beispiel wenn wir mal eben hier so anzeigen so wir können ja auch mal hier eben wie in einer vollen attacke das üblich ist aktivieren wir jetzt hier einfach mal die dinger dazu so uns ein kleines opfer muss man eben auch die richtige rüstung und so einfach mal so just for fun damit man das wirklich alles sieht so nehmen wir einfach mal mörder us aktivieren wir können wir auch einmal ersetzen weil die beiden dinger sind besser neu so zack mörder us dann wir natürlich auch unseren lieben schamanen dabei den habe ich auch schon ausgewählt so attacke auf acht stunden so 10,8 millionen diese 10,8 millionen hier ne wenn dir zum beispiel eine attacke fehl schlägt dann sind ja im normalfall diese 10,8 millionen weg so im normalfall so durch lebenswille allerdings bekommt ihr dann ja wenn ihr alleine das item hier hier unter militär kriegerbelebung lebenswille aktiviert kriegt ihr 20 prozent wieder klare jungs rechnung ist von den 10,8 millionen werden 30 prozent weg sein also die sterben 100 prozentig 30 prozent das sind jetzt ganz ganz grob gesagt so knapp 3,25 oder so millionen die hier dann sterben die fallen dann weg und wenn ihr dann natürlich bei euch in der burg einmal guckt denn hellheim skins erfolge und so geben ja alles nochmal kriegerbelohnung oben drauf on top und ihr könnt hier in der statistik unter militär generelle infos jetzt mal eben gucken wo das hier genau war auch nachgucken wie viel lebenswille habt ihr denn wie hoch ist euer prozent ich glaube das sollte so bei 80 70 oder 80 prozent sein wenn ihr alles fertig habt tragekapazität hier seht ihr auch nochmal lazarett kapazität halt hier genau 70 prozent mir fehlen noch 0,5 wegen einem erfolg aber 900 millionen krieger töten nur für 0,5 prozent also maximum ist derzeit ich einfach 70 prozent das heißt von von den sagen wir jetzt mal 7,3 millionen zum beispiel die dann überbleiben weil man merke 30 prozent geht einfach weg von den 7,0 noch was millionen die überbleiben werden 70 prozent zurück ins lazarett geschickt das wären dann knapp 5 millionen knapp 5 millionen gut das ist dann bei den ich sag mal standard boostern aber wie oft kämpft ihr mit den 3250er booster besonders wenn ihr kleinere clans habt oder auch die großen alleine hier die späer und so weiter und so fort da ist die zahl natürlich deutlich höher wenn wir jetzt mit 25 millionen in der attacke rechnen 30 prozent davon sind 7,5 millionen die so sterben bleiben noch 17, noch was millionen über diese 17, noch was millionen davon 70 prozent sind 1,7 x 7 11 kommen also knapp 12 millionen truppen die ihr nach einem viel geschlagener attacke zurückbekommen 12,9 oder sagen wir jetzt ganz stumpf 12 millionen ist natürlich deutlich mehr als ihr überhaupt aufnehmen könnt und deswegen zurück zur frage wie viele lazarette wie viele herrenhäuser und wie viele kasern kasern werde ich jetzt auch heute noch abreißen kasern werde ich mich auf eine befremden dafür noch mal ein lazarett obendrauf setzen denn ich möchte natürlich so viele krieger wie möglich benutzen es gibt auch viele leute bei euch die sagen ich habe nur ein lazarett davon gab es auch viele bei uns im clan den habe ich das einfach mal so vorgerechnet die sagen ich habe nur ein lazarett und dafür viele herrenhäuser weil ich halt trainiere dann ist ja das training günstiger und so aber meine lieben ihr müsst auch mal bedenken heilen ist über das über die hälfte günstiger zu trainieren glaubt ihr nicht dafür ist ja das video da ich zeige es euch mal und zwar wenn wir jetzt mal dafür muss ich ja mal die attacke abbrechen so denn wenn man alleine so meine statistik vom habe ich denken kann für die attacke verloren merkwürdig ja meiner statistik ich heile sehr viel also ich nutze meine truppen sehr oft immer wieder ich habe ein gutes recycling programm so und zwar wenn wir jetzt mal davon ausgehen wenn wir trainieren mit den herren häuser die ich habe ich habe jetzt gerade 1 2 3 4 5 6 7 8 herren häuser und die bringen auf 35 hier 65 prozent trainings beschleunigung ist jetzt nicht die welt so na es bringt natürlich was klar auf jeden fall aber ihr werdet gleich verstehen warum ich sehr viel auf lazarette setze denn wenn wir jetzt hier training tempo aktivieren meinetwegen hier anzeit der krieger können wir auch meinetwegen kein problem so als wenn ich jetzt mal richtig trainieren ich muss auch sehr lange warten bis ich das video mache damit wir eben halt diesen bonus hier haben wirkung vom booster zehn prozent gruppen training hier ist dann hier von der klaren schlacht hier finden wir natürlich die zehn prozent von der kvk sie dann nochmal zehn prozent auf training geben aber das ist immer vorausgesetzt dass ihr immer kvk gewinnt dass sie immer cvc gewinnt sonst müsst ihr die dinger natürlich abziehen jeweils zehn prozent so werden wir dann natürlich auch hier mal eben den helden einmal umswitchen bauen trainieren so da weiß ich ist alles auf training bei bauen und forschen tue ich so gut wie gar nicht mehr so inga natürlich zum trainieren wir können jetzt einmal kurz gucken vor allem weil inga da ist dann ziehen wir hier nochmal die eintrainingsrüstung an denn bei der eintrainingsrüstung habe ich die runen drinnen die eben heilungstempo der krieger fördern dann ist es halt noch mal deutlich günstiger so bei inga habe ich das jetzt nicht da sind die trainingsruhen drinnen man kann aber nochmal so speziell einfach so ein set für inga machen wo die runen zum training zum heilen drinnen sind wenn wir jetzt hier eine million einfach mal machen eine million so das sind 100.000 das sind eine million dauert es 16 wochen damit ich kann 3,6 million trainieren machen wir dann hier damit man das einfacher hier hat sind es 57 wochen und hier von den ressourcen weiß ich jetzt nicht aus dem kopf aber auch noch einen ticken günstiger aber was hauptsächlich für jeden am teuersten ist sind die booster 3,6 million für 57 wochen wenn wir jetzt aber trainieren auch 3,6 million genau das können wir ja gleich einstellen hier trainieren natürlich habe ich auch den statskin an nur falls da jetzt jemand so denkt ah der statskin fehlt so 3,6 million so kann 3 sind 194 wochen dann nochmal mit dem ruf und so weiter und so fort weiß ich so aus dem kopf weil oft genug gemacht sind es dann ungefähr round about 170 175 wochen so rechnen wir mal mit 170 für die gleiche anzahl an t7er truppen und wir sehen hier auch ein bisschen teurer in ressourcen also da spart ihr wohl ein drittel ungefähr würde ich jetzt mal schätzen aber ihr spart 66 prozent an booster wenn ihr heilt und das heilen haben auch bei uns so viele unterschätzt dann ach ein lazarett ja mit ein lazarett habt ihr 1,4 million das heißt nach jeder attacke wenn ihr bei den 10 millionen gehen ja 5 millionen ungefähr wieder zum heilen wenn ihr dann nur 1,4 millionen kapazität habt sind 3,6 millionen einfach mal tot die ihr noch teurer reproduzieren müsst und wenn ihr dann natürlich auch nur die großen booster benutzt mit den 3.250 prozent sprich 25 millionen habt dann sind das 12 millionen hatten wir glaube ich eben ja 12 noch was millionen die ihr heilen könntet aber über 10 oder sogar 11 millionen lasst ihr einfach weg ihr vergeudet so viele booster weil ihr lieber trainieren wollt als zu heilen und das ist ein punkt warum ich lieber 4 oder auch bald 5 lazarette benutze weil durch das heilen spart ihr unmengen an geld weil immer neu trainieren ihr habt es gesehen kostet einfach mal 66 prozent mehr an euer echten geld sage ich mal weil die booster kauft man sicher als wenn ihr heilt und recycling wird auch hier in vikings natürlich sehr groß geschrieben und deswegen solltet ihr das wirklich für eure strategien und so immer im kopf spalten natürlich gibt es unter euch welche die sagen ach hier kein problem dann kaufe ich mir paar booster mehr und so aber wenn man sich so bedenkt ne wenn man jetzt für 100 euro booster kauft auch in den mega packs und ihr könntet 66 prozent mehr davon benutzen natürlich müsst ihr generell wissen nachtrainieren aber ihr werdet so oder ihr könnt so viele truppen sehr viel günstiger bekommen als wenn ihr immer alles neu trainiert da ist schon zu empfehlen vielleicht ein paar lazarette mehr zu benutzen und das ist auch ein grund warum ich ein video mache weil ich werde das in letzter zeit wirklich sehr sehr oft gefragt und das wollte ich euch mal eben zeigen bei heilen machen wir hier nochmal die 3 prozent die 3,6 millionen ah ne hier das war 1 0 zu viel so gut jetzt hier mit dem eindringing set natürlich nicht aber das waren ja irgendwas mit 50 wochen statt 170 wochen oder 172 je nachdem vorausgesetzt ihr gewinnt jedes cvc und jedes kvk weil sonst müsst ihr da das natürlich auch nochmal höher rechnen also ein drittel von dem eigentlichen preis würde mich schon ziemlich zum umschwenken bewegen das hat es jetzt auch bei einigen von uns gemacht und ich denke mal das ist schon eine sehr wichtige information weil so viele leute unterschätzen einfach so die wirksamkeit der lazarette das heißt jetzt nicht dass ihr jetzt hier viele nahrungs dinge aufbauen sollte das wäre völliger quatsch denn eine nahrung wo habe ich denn ah hier eine einzige auf 35 bringt euch kapazität der lazarette 10 prozent wird immer natürlich von dem grundwert hier 185.000 gerechnet das heißt pro lazarett könnt ihr 18.500 ob mehr reinnehmen das das bringt gar nichts natürlich lohnt sich das auch wenn ihr dann nur 50 prozent lebenswille habt oder 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 wie gesagt ich habe knapp 70 lohnt sich vollkommen also ganz ehrlich ja und auch wenn ihr sagt aber die ganz großen booster nutze ich nicht und so deswegen habe ich nur zwei aber selbst mit zwei lazaretten habt ihr einfach vergeudet ihr fast die hälfte eurer truppen warum ihr könnt das auch sehr leicht ausrechnen hier wenn ich den jetzt zerstören würde wenn wir eigentlich wollen wir das machen guck mal eben ja ich würde hier niemanden auf den schlips drehen ja doch hier königreich schlacht haben wir eh gewonnen beide wissen was wir machen das jetzt mal das interessiert mich nämlich jetzt auch mit dem ding hier machen wir mal 3,6 millionen wie viel bringt das mit den herren häusern so 3,6 millionen hier 194 jetzt zerstören wir das einfach mal abreißen warum weil es einfach kann ihr bam wir haben jetzt ein herrenhaus weniger sprich 65 prozent wie viel bringt das denn so von 195 auf noch ein 203 das sind nur acht wochen lohnt sich das acht wochen ihr könntet 120 wochen oder 130 wochen sparen das ist so die relation vor allem die leute die halt sehr sehr viel kämpfen sollten auch unbedingt darauf achten lazarette bringen wirklich viel weil wie gesagt ich habe hier wir in meiner statistik jederzeit nachlesen können was sieben milliarden truppen geheilt davon waren die meisten auch t7 da weil es einfach deutlich günstiger ist warum sollte ich mir teurer truppen beschaffen wenn ich auch 66 prozent ungefähr sparen kann und das ist glaube ich schon so ein faktum den solltet ihr wirklich bedenken und ja das war es sogar schon für das video weil ich glaube die zahlen sprechen eindeutig für sich definitiv und ganz ehrlich warum nochmal als zusatz warum ich nur zwei kasern haben möchte lieber kann ich dann nochmal 1,4 millionen jedes mal mehr heilen als dass ich dann die hälfte an zeit beim training spar denn es gibt ja verschiedene funktionen wie man ja nicht selbst trainieren muss darf ich natürlich nicht äußern ist ja klar aber sonst zur not klicke ich lieber paar mal mehr training weil dann kann ich halt nur 1,8 millionen pro mal trainieren gut aber ich spare halt deutlich mehr geld dann klicke ich lieber ein bisschen mehr und kann dafür noch 1,4 millionen jedes mal mehr heilen das ist so meine intention ja ich hoffe dass euch das video auch die alternativen aber gezeigt hat dass es euch natürlich gefallen hat und wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr sehr darüber freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lässt unten gefällt mir weil es das gleiche unten kommentar vielleicht oder ihr könnt ja mal wenn ihr anderer meinung seid einfach mal in den kommentaren schreiben warum seid ihr eine andere meinung und würde mich interessieren weil ich finde einfach so die zahlen sprechen eindeutig für sich also vielen vielen dank fürs zuschauen habt spaß weiter in den vikings lasst euch wegen hellheim ebene 10 knoten 7 nicht fertig machen da bin ich gerade dabei wird aber wohl noch dauern ein perfect run aufzunehmen aber ihr wisst selbst wie schwer das ist da noch einmal 3 sterne zu bekommen deswegen das wird wohl noch dauern aber drückt mir die daumen ich drücke euch natürlich auch die daumen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video auch wieder mit dabei seid macht's gut geht's gut geht's gut geht's gut